Frederik wischte sich den Schweiß aus seinem Gesicht und ging weiter. Ich möchte die Aufgabe, die mir der abgab, auf jeden Fall noch zum Erfolg bringen. Ich habe es geschafft, einen Brief mit Siegel der Stadt und Kloster in die Barriere zu schicken. Ich hoffe, bei dem nächsten Konvoi folgt eine Antwort. Das hat bisher noch keiner geschafft. Faust und Stadthalter Gavin haben mir da vertraut. Schon alleine deshalb hoffe ich, dass dieser Brief nicht im Sande verlief. Hoffen wir es mal. Informationen zum Verbleib des Wasserkreises innerhalb der Barriere wären nicht in Gold aufzuwiegen. Meister Wotan hat es bereits auf vielen Wegen versucht, Lebenszeichen zu erhalten. Bis jetzt haben die Bemühungen jedoch zu nichts geführt. Niemand, den er je beauftragte, bekam ein Zeichen vom Zirkel. Sei also nicht enttäuscht, solltest du keine Antwort erhalten. Selbst mit Siegeln bestückte Papiere sind in der Strafkolonie kaum etwas wert. Die Kolonne erreichte langsam das Wegekreuz.